Station 8, do you copy? Station 8, are you there? Das ist schlicht. So. Ich wollte wissen, was habt ihr nochmal für Probleme jetzt? Was hast du für Probleme? Was hast du für Probleme? Und du? Du hast auch Probleme. Was willst du eigentlich? Probleme? Das ist wie eins von diesen alten Arcade-Shootern. Nur besser. Keine Fotos. Probleme. Du, der Schrott auf dem... Aua! Wow. Wow, 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 wow. Ist ja gut, ich geh ja schon... Ich darf nicht gehen. So, jetzt darf ich gehen. Ich geh ja schon, ihr Spinner. Boah. Habt ihr Probleme? Ich hab schon gehofft, der hätte nochmal... Mh, hier schon wieder. Lecker, lecker. Kriegt man gleich Appetit auf Currywurst. Rot. Rot. Schön, Lucci. Das sind also... Ja, stimmt. Da gab's ja diese Luccis. Hey. Hm. Ich mach' das schon. Lasst das mal den Free Man machen. Der Free Man macht das schon. Der ist voll free. Ah, noch mehr dumme Menschen, die aufs Mord... Ah, da... Ihr kommt euch toll vor, ne? Ihr seid die Nächsten. Das sage ich euch. Aua. Blöp, 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 blöp. Ach! So spielt ihr Arschlöcher, also. Ja, wir sind witzig. Wir können schießen, während du da unten bist. Arschlöcher. Ihr seid so tot, wenn ich hier rauskomme. Bin ich zurückgegangen? Nee. Oh, ja. Super. Stopp. Wieso bin ich da so sparsam? Ich hab über 100 Schuss mit dem Ding. Ganz ehrlich, ich bin so sparsam irgendwie mit der Muni. Dabei hab ich 150 Schuss. Sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen. Nicht so sparsam zu... Wow! Nehme auf den Kopf. Mabababab. Mabababab. So, ich hoffe, ihr habt damit keine Probleme. Du darfst hier nicht runter. Weißt du? Du bist es nun nicht mehr. So. Ah! Weg! So, guten Appetit. Blubb, wie ich mich... Oh, wie ich hier durch hier... Oh Gott! Ich blubbel mich mal hier so durch die Gegend. Alter! Das ist schon mal so viel. Das ist nämlich eine Menge Sachen, die ich haben will. So. Bam! Supplies! 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 Ja, das ist ein Marsch. Dein Name ist ein Bo... Wow! Wieso dreht ihr schon wieder durch? Aua! Aua! Das tut weh. Haben eure Mütter euch denn gar nichts geteacht? Teach mir, Arschloch-Sensei. Au, 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 au. Okay. Ihr wollt Stress? Ihr wollt Stress? Ihr kriegt Stress. Ihr stresst, du. Zappzack. Ihr kriegt jetzt alle Stress. Pass auf. Arschloch. Wow, was hab ich denn da oben angerichtet? Ich glaub, ich hab das TNT-Bunker-Lager gefunden. Hm. Schlupp. Ich hab runtergeschlabbert, ey. Wo bin ich hier eigentlich? Ich schlabber mich eigentlich nur durch die Gegend irgendwie. Oh yeah, Rätsel. Ich steh ja total drauf. Lass mich raten. Ich muss hier erstmal durch. Dankeschön. So. Ein Stein wiegt so viel wie Gordon Freeman? Nein. Der Freeman wiegt ein wenig mehr. So. Der Freeman wiegt so viel wie drei Steine. Er wiegt so viel wie vier Steine. Oh Gott. Put that cookie down. Ah, mach nicht ganz. Doch, das... Doch, komm, das reicht doch. Auf jeden Fall, damit ich... Ja. So, komm, rauf da. Bin der Meinung, das passt. Dankeschön. Das ist eine Tür, die mir nichts bringt, weil ich da nicht ankomme. Oh oh. Ich wurde gesichtet. Wui. Scheiß Ding. Wow. Jetzt dreht ihr aber durch. Heilige Scheiße. Ich frage mir langsam echt, was ich euch getan habe. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Oh oh. Ich muss hier weg. Alter. Hier gleich lang. Boah. Fick dich. Lutsch was anderes. Dieser Weg ist falsch. Tür auf. Oh fuck. Puh. Amor. Oh, Alter. Oh man. Dir geht es aber nicht so gut. Ah, da sind noch Sachen. Bei diesem... Toten Ding. Sorry, Mann. Aber lieber ich als du. Lieber du als ich. Ah, so gehen die schneller tot. Haha. Ausgeträgt. Wir fragen mich, ob ich da überhaupt raus will. Jetzt bezweifle ich nämlich geringfügig. Wobei. Ne, ich gehe hier lang. Gott, ihr seid alle hier nicht so ganz lebendig. Ander... Ist hier was? Nö. Komm, stopp, stopp. Oh, jetzt sagen wir das. Oh. Nein. Aua. Jetzt bin ich zum... Weitschen, du... Ey. Alter, die Kombi lutschen mich. Das ist nicht nett. Oh. Ach ja. Du bist ein ganz schnell reagierender Heli, ne? Wusch. Schon bin ich weg. Ich brauche gleich eine Pause. Ich brauche gleich ganz dringend eine Pause. Mir geht es irgendwie ganz komisch gerade. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Aber irgendwie... Wisst ihr was, Leute? Ich muss jetzt speichern. Ja, hier. Speichern. Ich muss vor heute Schluss machen. Mir geht es gerade irgendwie ganz komisch. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich lege mich jetzt erstmal hin und dann schauen wir weiter. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Half-Life. Sehr, Leute. Bitte. Ich esser das an.